Hey Gigi, warst du schon mal Bundesliga-Spieler des Jahres? Nein, aber du hast mir gewonnen, wenn du in Serie A gewonnen hast. Nein, aber hast du schon mal 40 Tore und Vorlagen in einer Saison? Nein, aber du hast in fünf World Cup gespielt. Nein, aber hast du bei einer Startelfdebühe in der Nationalmannschaft direkt ein Tor gemacht? Nein, 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 nein. Aber hast du geschafft, die Nationalmannschaft für 60 Mal aufzuhalten? Nein, aber wurdest du kürzlich in die Top 5 von Europas Fußballern gewählt? Nein, aber du bist der größte Torwart der ganzen Zeit? Nein, aber hast du schon mal im Champions-League-Finale in Berlin gespielt? Nein, aber auch du.